Rudi Haller zum fünften Rennenauftrag zur V5-Wette. Der Favorit, Kentucky wo? Dein bester Dreijähriger? Ja, das ist der Beste. Mit Abstand, möchte ich fast sagen. Ja, mit Abstand, aber er ist der Beste. Heute ist von der Papierform ziemlich schwer. Desert King selber Derby-Aspirant. Und für mich fast noch stärker einzuschätzen von Gerd Bindl, Marie Galante. Wie siehst du die Ausgangslage? Naja, die Ausgangslage ist schon mal so, dass ich die beste Startnummer habe von den drei guten Pferden in dem Rennen. Und er ist ein Flugzeug am Start, er ist ganz einfach zum Wegfahren, auch mit der Nummer 2, überhaupt keine Probleme. Und er wird ganz stark sein morgen, glaube ich. Dann mit viel Mut auch als Bank in der V5? Kann man eventuell riskieren. Also ich erwarte von ihm morgen schon eine niedere 16 Zeit, sage ich mal. Sie haben eine Karte-Karte, für das mache ich in den Karte l Toyota, Dan mit einem Karte der Zug. Vielen Dank.